Da dachte ich, ich erteile mal unseren Extinction Rebellion, Rebellen, das Wort. Und vielleicht habt ihr ja tatsächlich Lust, ein bisschen zu erzählen, wie es euch in Berlin so ergangen ist. Lieber Rainer, willst du dir bald das Licht aufstellen? Denn es ist auch die erste Klimawache, wo wir bald im Dunkeln stehen. Hast du Lust, was zu sagen? Nein? Was ist mit euch? Wo sind sie? Die Ladies. Hat ihr Lust, ein bisschen was zu erzählen über Berlin? Ihr wart nicht dabei, aber du warst dabei, das weiß ich, weil du warst nicht zu Hause. So, dann schnapp ich mir jetzt einfach meinen lieben Mann Nils. Du musst dich nicht vorbereiten, um zu erzählen, was du in Berlin erlebst. Denn der hat mich zu Hause sitzen lassen und ist mit Berlin gefahren, um auf der Brücke zu sitzen. Ja, ziemlich gut beschrieben. Ich hab's gesehen. Er hat mich gesehen, genau. Also, am Mittwoch hat er mich verstanden. Er hat mich verlassen und ist losgefahren nach Berlin. Genau. Wie war es auf der Brücke? Ja, es war gut auf der Brücke. Auf den Brücken? Auf den Brücken. Ich war tatsächlich auch mehreren. Genau, ich bin angekommen und war da direkt auf der Marshallbrücke. Die war zu der Zeit schon besetzt. Das ist die, falls sich jemand auskennt, die man vom Reichstag aus auch sehen kann. Also die erste Brücke da, die ist jetzt verkehrstechnisch nicht so mega wichtig gewesen. Darum habe ich da dann auch fast zwei Tage rumgesessen. Oder haben wir da zwei Tage rumgesessen. Dürftet ihr sitzen bleiben? Dürftet ihr sitzen bleiben, genau. Nein, es war toll. Ich fand die Stimmung super sehr positiv. Es wurde viel gesungen, viel Musik. Es gab zu essen. Ich glaube dennoch, dass die Message durchaus angekommen ist. Es ist klar geworden, es muss mehr passieren für Klimaschutz. Wir müssen mehr tun. Und gerade das Klimapaket hat ja gezeigt, dass trotz Fridays for Future immer noch ein Riesenbedarf ist, Dinge zu tun. Und insofern muss man auch an einem bestimmten Punkt sagen, es gehen einem irgendwann die Ideen aus. Nur Freitagslaufen, wenn selbst das nicht reicht, dann macht man sich halt schon Gedanken, was man noch tun kann. Ich glaube schon, dass die Woche gezeigt hat, dass es weitere mögliche Schritte gibt, zu tun und dass heute Politik weiß, es gibt die. Und es gibt Leute, denen das so wichtig ist, dass sie solche Schritte machen. Dass sie sich auf die Brücke setzen und zwar auch bei Regen. Also so richtig gemütlich war es ja nicht. Haben wir auch gehabt, genau. Es ist auch sehr friedlich abgelaufen. Also es ist euch gelungen, eine friedliche Protestwoche zu machen. Was treibt dir ein Lächeln ins Gesicht, wenn du an deine Brückentage denkst? Das ist hauptsächlich tatsächlich Musik. Also es war viel Musik auf der Brücke. Leute, die sich einfach spontan zusammengetan haben und dann gespielt haben. Andere, die mitgesungen haben, Gesangsköre und so. Das treibt einem Lächeln im Gesicht. Und es war auch zwischendurch eine angemeldete Demo, wo gemeinsam gelaufen sind, wo man irgendwie merkt, da ist eine Energie bei den Leuten. Die, die viele wahrscheinlich von den Fires for Future Demos auch kennen, da ist irgendwie eine Energie drin und die gibt mir Hoffnung, ja. Und was stimmt dich nachdenklich? Also er ist dann irgendwann Sonntag nach Hause gekommen, sehr müde und sehr nachdenklich von intensiven Tagen. Was ist es, was so jetzt immer noch nachschwingt? Ja, das ist, finde ich, schwierig zu sagen. Es schwingt natürlich nach, reicht's. Also wenn man das Klimapaket sieht und sieht, da passiert so wenig. Wenn man dann sieht, die Deutschland-Rennen, vielleicht haben es einige mitgekriegt, da wurde ja gefragt, reicht das Klimapaket oder nicht. Und ich glaube, 49 Prozent haben gesagt, es ist ausreichend. Und das gibt mir sehr zu denken. Und dann ist die Frage, wie viel bringt dann, also ich glaube, der Protest ist wichtig, der bringt auch was, aber der müsste halt, das müsste in meinen Augen alles wahrscheinlich noch größer werden. Das ist die Frage, was passiert. Wie lange können wir noch so wenig tun? Ab wann wird Verzicht wie wichtig? Wie viele Leute werden verzichten wollen? Das sind gerade Gedanken, die mir durch den Kopf gehen und die auch auf der Rücke viel diskutiert worden sind. Die Frage, wie ist die Perspektive? Es gab auch Workshops, es gab ja ein Camp noch dazu, wo viele Workshops waren. Es sind schon, es ist auch sehr viel diskutiert worden über mögliche Lösungen. Also tatsächlich, das möchte ich nochmal aufgreifen, dieses Thema, wie groß muss der Protest noch werden, damit es wirklich gehört wird, damit wirklich durchgegriffen wird, auch politisch. Wir beschäftigen uns heute ganz viel damit, was wir im Alltag tun können mit unseren Kaufentscheidungen. Gleich geht es um Repair-Cafés, was auch etwas ist, was ganz kleine Schritte sind, was wir machen können, ganz persönlich. Aber es zeigt sich doch auch immer wieder, um diese Krise global wirklich in den Griff zu kriegen, geht es nicht ohne ein politisches Commitment von allen Staaten, die beteiligt sind. Es geht nicht ohne klare politische Rahmenbedingungen für Klimaschutz. Und das ist immer noch nicht gegeben. Da können wir uns alle mit unseren kleinen Beiträgen im Alltag, die super wichtig sind, trotzdem auf den Kopf stellen, mit den Füßen wackeln. Wenn diese Ebene nicht dazukommt, dann wird das verdammt schwierig, diese Krise zu meistern. Und deswegen ist das auch ganz fantastisch, dass ich hier rundum gucke und Menschen sehe, die mit uns im Regen bei der Klimawache stehen und fragen, dieser Protest ist wichtig und wir machen das. Ich bin gespannt, wie groß die nächsten Proteste werden von Extinction Rebellion. Das war ja jetzt auch ein globaler Protest in 60 Städten weltweit. Genau. Auch in vielen anderen. Und es ist auch nicht überall so friedlich gelaufen, richtig? Ja, genau. In Belgien gab es Wasserwerfer, glaube ich. Ja, nicht überall. Aber ich glaube, in vielen Ländern ist es schon relativ friedlich gelaufen, weil der Ansatz von Extinction Rebellion ist ja auch grundsätzlich, sich freundlich mit der Polizei zu stellen und auch ganz klar zu sagen, das ist nicht wir gegen euch, das ist keine klare Grenze. Schon zu sagen, es ist das System, in dem wir leben, das wir ändern müssen, das sind nicht einzelne Personen. Und ich glaube, zumindest in Berlin finde ich, ist das auch gut rübergekommen. Also das Verhältnis zur Polizei war da wirklich gut, würde ich sagen. Ja, vielen lieben Dank für deine kleinen Einblicke. Möchtest du noch was sagen? Wir haben auch Umweltministerium, Innenministerium, Verkehrsministerium, Ministerium, CDU-Zentrale bei den Grünen, Pfadzheimer Platz, Sieg ist in Berlin besetzt. Also an vielen, vielen Stellen in Berlin ist der Klimaprotest sichtbar geworden. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was diese Woche geschafft hat in der Hauptstadt, dass einfach an vielen Orten Menschen damit überhaupt erstmal konfrontiert wurden. Das ist super wichtig.